Und neue Folge von Crysis 3 Multiplayer, in der letzten Woche haben wir ja ziemlich gut den Angriffsmodus gerockt, jetzt spielen wir Exfiltration, was auch immer das in dem Modus ist. Langriften mussten über erlaubten Zeit möglichst viele Energiezellen bergen, ach, das war das. Das haben wir doch schon ziemlich am Anfang mal gespielt. So, und jetzt können wir auch mal die Klassen, die ich mir erstellt habe, mit Ausprobieren. Ist übrigens noch der gleiche Tag, wo ich die letzte Aufnahme gemacht habe, deshalb könnte es euch ein bisschen komisch vor. Ja, da ist nämlich mal die, da ist nämlich die mit der MP. Ah, naja, das war doch die mit dem Maschinengewehr. Ege immer. Verteidigen. Exfiltration. Oh, gute Karte, das war doch die aus dem Crysis 2. Crysis 2. Aber die Zelle ist schon verteidigt, ist gut. Ah, das ist eine scheiß Waffe, ich brauche hier, ich wollte doch die mit der MP spielen, das ist die Nummer 3. Ja, die haben alle schon Viziere, ihr seid ganz cool. Ah, da ist jetzt hab ich die MP, das ist doch schön besser. Ah, die haben jetzt einen scheiß Flammenwerfer. Was haben wir das, was eine A und Waffe ist? Was von diesen komischen, wie heißen die Dingern gleich? Die haben in der Story für jeden... Ach komm, den muss man doch kriegen. Ja, den kann man. Tarnfeld aktiviert. Ah, wo bleibt die Finder? Na los, kommt. Kommt, dann holt euch die Zelle. Ich werde euch schon... Ich erwarte euch schon. Oh, die haben die andere geholt. Oh, das war voll angefallen. Naja, das war nubhaft, aber das machte nichts. Man kann nicht wissen, dass da ein Abgrund ist. Hallo? Ich dachte, ich lebe noch. Hey, Geld. So, warte mal. Haben die die Zelle noch? Ne, haben sie verteidigt, ist gut. Ah, ne, die haben schon zwei gesichert. Oh, 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 oh. Können nicht schön wieder verlieren. Jetzt seht ihr mich. Tarnfeld aktiviert. Haben die schon drei gesichert, ja. Ja, den haben wir schön geholt. Kommt, da kommt einer hinten. Ah, der hat den geholt, gut. Der Kiezele hat wieder hergestellt. Können wir noch mehr? Ach, scheiße. Hab ich nicht aufgepasst, da war schon wieder sichtbar. Hat aber auch nichts genetzt. Das macht nichts, das macht nichts. Das macht mir doch gar nichts. Wenigstens wissen wir jetzt schon mal wieder ein bisschen, wie die Modi abgehen hier. Wir vorstecken uns einfach mal hinten. Das ist richtig Camper-like. Da kommt einer. Ach Mist. Dann tun wir mal die Stufe 1 machen, wo wir das Gewehr haben. Füllen wir jetzt einfach mal immer mit dem Gewehr, damit wir irgendwann mal doch mal das Visier freischalten. Oh, da kommt keiner da rein. Von wem? Oh, da war doch ein Feind drin, oder? Aber die haben gerollt. Ich glaube, jetzt habe ich schön das Gerät freigeschalten. Gewehr geschalten. So, schön. Schön die Zettel. Woher wusste das so ganz genau, dass ich stattdessen bin? Wie hat er das gewusst? Das muss man nicht verstehen, oder? Ja. Äh, geht. Wo war ich denn, weil ich jetzt nicht brauche? Macht nichts. Oh, no, 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 no. Shit, jetzt haben sie schon 5. Tango hat meine Zelle gesichert. Tango hat meine Zelle gesichert. Jetzt will ich erstmal boah. Ich bin etwas wütend. Alles. Schön beim Spawn abgefangen. Das ist gut. Also, wir haben jetzt gemacht. Wir müssen jetzt am anderen Punkt rüber gehen. Und hier, das ist die Zelle noch. Jawohl, den habe ich. Ach Mist, aber den hätte ich auch fast noch gekriegt. Ist doch schon besser als 6 zu 7. Das wird doch. Ich muss auch bloß ein bisschen in die Übung gekommen. Alien Scharfschützengewehr? Ach hier. Äh, Mist, falsche Tasse. Ich muss erst mal überlegen, welche Tasse es jetzt boah. 7-0, ey. Da müssen wir uns dann aber anstrengen. Da ist es, kann, kann. Und... Get me here! Get me here! Jetzt seht ihr mich. Jetzt... Ah. Mist. Da, Zobel. Schon wieder geholt. Ja, das ist halt dann so, wenn die schon ein bisschen... ein bisschen die Upgrades freigeschalten haben. Ja, alles, ich habe jetzt mal den Mörser. Mörser. Ich auch nicht, Mörser. Ich habe schon noch gewollt. Alles, ich hätte den Alien Mörser und das... Echt nicht schlecht. Mist. Der feitert eine Energiezelle. Uah. Wie viel steht es denn schön? Das schaffen wir doch niemals in unserer Runde jetzt gleich. Ich muss aber auch mal die Zeit vorbei sein. Ja, ja, 15... 11 zu 0, das schaffen wir doch niemals. Fünf Sekunden. Fünf Sekunden. Ja, da habe ich will. Ja. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir das schaffen und so. Da bin ich immer ganz gespannt. Und wie gesagt, man nimmt das mit dem Mörder. Bei dir. Was soll man bisher... Die... Die kann ich leider fünf Sekunden, die... Das heißt, einfach wenn man Da noch... Vorrücken und Energiezellen bergen. Vorrücken und Energiezellen bergen. Hier... Die Form sch화나 so ein Sport ab. Chief of Major. Chief of Major. Chief of Major. Schieter! Ja, da hat mich auch schon gesucht. Das ist alles ansteigend. Das ist einfach. Wir haben ihr Radar erweitert. So. Wir haben eine Zelle gesichert, Mist. Oh je, Mann, oh Mann. Ja, gut. Ach, Mist. In den Helikopter damit. Los, 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 los. Ja, jetzt geht die hier. Ja, die warten an unserem scheiß Spawn. Die warten schön bei uns hinten am Rubschrauber, um alle abzufahren. Das ist doch... Ja, da wartet natürlich jetzt bei der scheiß Zelle und versucht. Ach, das ist doch zu verkürzen. Das habt euch gesagt, das schaffen wir niemals. Ich will leider nicht deshalb, weil die unseren Spawn rapen hier jetzt. Ich soll irgendwann mal sterben. Was ist jetzt? Bin ich gekickt worden, oder was? Du bist vom Surfer geworfen worden? Wieso das denn? Nur weil ich eine Zelle gesichert habe, oder was? Oh Gott. Ich habe sogar Videobeweis, dass ich nicht gecheatet habe. Oh je, da kann man bloß lachen. Es tut mir leid, dass die Folge so vorzeitig abgebrochen wurde. Oh Gott. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß. Bis zum nächsten Mal.